So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Machia Villain. Ja, wie ich mir schon gedacht hab, nach dem letzten Mal wird es sicherlich wieder Probleme geben, wenn ich versuche das Safe Game zu laden. Dieses Mal war es allerdings etwas anders. Dieses Mal hat es einfach gar nicht gespeichert. Ich hab jetzt die letzten 12 Tage, also ich war so bei 77 irgendwie wieder, war in der Aufnahme bei 88, hatte auch mein Labor ja gerade eingereiht. Das war weg. Jetzt hab ich nochmal eine Stunde gespielt, etwa alles genau so gemacht, wie es vorher war. Und ja, wieder so eine Sache. Keine Ahnung, würde ich das Spiel privat spielen, jetzt nicht fürs Let's Play. Wüsste ich nicht, ob ich nach sowas weiterspielen würde. Safe Games verlieren, das ist ja wirklich eigentlich so das Schlimmste, was passieren kann. Naja, ich hab trotzdem mich entschieden. Ich war eigentlich kurz davor zu sagen, okay, ich mach dann auch das Let's Play nicht mehr weiter. Mach noch ein bisschen Ausmoderation und sag ein bisschen, was mir gefallen hat, was mir nicht gefallen hat. Wollte es aber eigentlich jetzt nicht so stehen lassen. Ich denke nicht, dass ich noch viele Folgen produzieren werde. Ich werde mal noch so zwei, drei Folgen produzieren. Und vielleicht mal noch ein paar coole neue Sachen testen. Jetzt hab ich ja auch dieses Tech-Gebäude und kann vielleicht auch mal so eine Druckerpresse bauen. Dann kann ich ein bisschen bessere Werbekampagnen machen. Und ja, ich hätte ganz gern vielleicht noch ein bisschen einen abgefahrenen Diener. Ich hab gesehen, dass, was mich eigentlich am meisten noch interessiert, ist, dass es hier noch sehr viele unterschiedliche Diener-Typen gibt. Wovon ich ja so gut wie keine eigentlich benutze, nur die ersten vier. Zumindest mal irgendwie einen Vampir oder sowas, würde ich ja mal ganz gern sehen, wie der sich dann so unterscheidet. Der kann ja dann bei Tag nicht raus, nehme ich mal an. Würde mich mal interessieren, wie das so alles abläuft. Aber gut, ich lass es mal laufen. Es ist, wie gesagt, relativ ähnlich wie letztes Mal. Ein paar kleine Veränderungen. Was ist denn anders? Eigentlich nicht viel. Ich hab so ein paar dieser Kerzen gebaut, aber... ...hands eigentlich nichts. Und gerade ist wieder so ein hässlicher Virus. Äh, ähm, ja. Unterwegs und alle kotzen. Es gibt eklige Kotzgeräusche non-stop. Bläh, bläh. Nicht sehr angenehm. Und das Holz ist mir ausgegangen, sehe ich gerade. Holz wird allgemein ein bisschen knapp. Hier unten gibt's noch schön viel. Hacken wir das mal weg. Go for it. Dann, ja. Wie gesagt, ich musste nochmal zwölf Tage oder so spielen. Also jetzt hier In-Game-Zeit. Das war etwa eine Stunde. Und, ähm, sind mir wieder ein paar Mängel am Spiel aufgefallen, muss ich sagen. Es greifen dann ja manchmal Helden an. Ähm, die kann man unglaublich krass exploiten mit diesen Geheimtüren hier. Ist mir aufgefallen. Die suchen sich ein Ziel. Und das ziehen die durch. Komplett, bis sie's tot haben oder auch nicht. Und mit dem muss man eigentlich immer nur von links nach rechts, nach links, nach rechts laufen. Und die ganze Wegfindung von diesen, äh, Helden spinnt völlig. Aber sie stehen dann quasi nur noch rum. Lassen sich von der ganzen Meute verprügeln. Ja, ich weiß nicht, ob ich's schon mal gesagt hab. Ich glaub schon, dieses Spiel verschenkt einfach Potenzial. Es wär unglaublich cool vom Gedanken her. Und, äh, das Intro am Anfang macht auch so richtig Bock erst mal. Und, ja, dann kommt aber nichts mehr so richtig. Dann bleibt's ziemlich tröge. Äh, es gibt ja noch viele Sachen, wie gesagt, im Endgame. Dann jetzt hier, ah, zum Beispiel das Labor, jetzt ja gerade fertig. Punkte für erweiterte Forschung, muss man also auch machen. Ähm, extrem viele Sachen eigentlich noch im Endgame. Aber das zieht sich alles so lang. Äh, mir wär's eigentlich fast ein bisschen lieber, wenn das ein bisschen zackiger gehen würde. Ich hab's sicherlich auch nicht sonderlich gut jetzt von Anfang an gemacht. Aber, ja, hm. Nicht so ganz, äh, motivierend die ganze Zeit durch. Würde ich sagen. Alles wiederholt sich. Alles ist relativ repetitiv. Ähm, diese Werbekampagnen, klar. Kann ich andere Werbekampagnen machen. Aber bisher, selbst mit dem ganzen Team hier, relativ viele. So, ist es eigentlich nie sonderlich gelohnt, da jetzt zu sagen, okay. Wir müssen jetzt mehr, härtere Werbekampagnen machen. Diese drei Opfer reichen eigentlich locker. So, jetzt schauen wir mal hier. Was haben wir denn hier? Gewöhnliches Opfer, einmal Geek. Und immerhin schon mal vier. Machen wir mal diese Werbekampagne hier. Ah, dieses Kotzgeräusch ist aber auch ziemlich nervig, muss man sagen. Kein sonderlich witziges Event. So. Ein zum Leben erweckte Zahn wird doch sicherlich genau... Oh, okay, das ist ja ganz klein nur. Damit kann ich dann die Zahnärzte schon mal hier hin locken. Soll ich vielleicht das hier rausnehmen, oder? Eher menschenfreundliches Licht reinbauen. Sowas wie... das hier. Und vielleicht noch irgendwas für die Opfer. Gibt es eigentlich auch nicht sonderlich viel, muss man sagen. Gut, da werden sicherlich noch welche dazukommen. Aber... Bisher noch nicht. Und diese Horrorfilm-Klischees, von denen es ja ein bisschen lebt, ähm... Sind nicht so wahnsinnig viele. Man darf den Hund nicht töten, man muss die jungen Frau als letztes töten. Und ja... Das kam beides bisher noch nicht wirklich vor. Scheint erst bei ziemlich... Äh, ja... Ziemlich hohen Werbekampagnen dann überhaupt der Fall zu sein. Was ist eigentlich mit Carol? Sollte die nicht forschen? War da nicht was? Achso, jetzt raffe ich das erst mal. Braucht dann halt noch diese besseren Forschungspunkte, okay. Aber das Forsen ist nach wie vor, so wie es aussieht, instant. Man muss halt die Forschungspunkte haben. Warum forscht denn eigentlich keiner jetzt? Geht's mal los hier unten. Wie sieht das so aus? Innenbetrieb. Relativ unspektakulär. Das hier finde ich schon witziger mit der... ...blutigen Kaffeetasse. Ständige Kotzgeräusche und es gibt kaum noch was zu essen, okay. Warum eigentlich? Hier ist doch tonnenweise eingelagert. Ein Schätzwert, der angebt, wie lange die Nahrungsvorräte noch reichen, okay. Also zumindest Fleisch gibt's ja eigentlich recht viel. Ist das wegen den Gehirnen jetzt, dass die halt zu niedrig sind? Was macht denn die Werbekampagne? Das dauert ja ewig. Karen, was ist da los? Wenn die nicht eigentlich darüber laufen und sich das Gold da holen, wäre doch viel näher. Muss immer ein bisschen Gold einsammeln für jeden Brief, aber... Muss das ja nicht da drüben machen eigentlich. Gut, also diese neue Werbekampagne, die dauert schon mal ein gutes Stückchen länger. Vielleicht soll ich mal ein größeres Heimbüro anschließen. Dass ich mehr so Briefe machen kann. Die machen ja immer so 20 auf Lager einfach. Hier wollte ich eigentlich eh so eine Druckerpresse reinstellen. Dann stelle ich da jetzt erstmal noch so ein kleines Heimbüro. Nochmal eins rein. Oh, dass da müssen wir am besten niemals drehen. So, mhm. So am besten. Dann können wir die Druckerpresse hinten noch rein. Jadwick baut das mal kurz, so schnell er kann. Und dann haben wir nochmal jemand zum hauptberuflichen Heimbüroler. Heimbüroler. Caroline hier. Und machen hier auch, wenn wir diese Menge auf Lager behalten, 20, 21. Und los geht's. So, Post wurde wieder nicht abgeholt. Kann ich hier eigentlich wieder, wenn das sowieso diese Geeks dann nachher auftrennt, ja nochmal so ein Bücherregal einfach hier hinbauen. Mhm. So in der Art. So, und jetzt muss hier aber die Werbetrommel mal gerührt werden, Leute. Genau, so. Dann haben wir die Post eingeworfen. Honey hat nichts zu tun. Honey ist... Mhm, Fabrik. Wieso? Meine Fabrik müsste doch arbeiten. Ah, nicht genug Ressourcen für Stahlplatten bauen. Dann... Bretter brauche ich eigentlich gerade nicht. Dann sollten wir vielleicht einfach noch ein bisschen Metall abbauen. Hier geht's noch ein bisschen. Hier kein Metall. Stein, Stein, Stein. Nein, alles Stein. Gut, dann tun wir halt doch ein bisschen böse Holzbretter noch bauen. So, und jetzt schauen wir mal, was diesmal für eine Bande Opfer kommt. Mein Händler ist auf dem Weg. Den kann ich natürlich auch noch anrufen, also soll das wirklich mal gefährlich werden. Ich denke mal, dass es jetzt wirklich sagt, ähm... Es gibt halt keine Gehirne mehr für die Zombies sozusagen und das ist schlecht. Okay, machen hier einfach so und tun so, als würden sie das Haus vermieten. Bei dieser Werbekampagne tun wir ein bisschen junge Leute anziehen. Hm. Ich wundere mich, dass die Opfer jetzt gar nicht kommen. Haben wir doch schon eigentlich vor Ewigkeiten. Ah, jetzt hat... So, jetzt hat sich das wieder eingependelt, wie ich das schon kenne. Wird gerade zum Briefkasten, wenn die ersten Opfer kommen. Schön. Alles wieder beim Alten. Schnappt sich noch schnell das Holz, das hoffe ich mal. Na. Nicht, dass du gesehen wirst. Geh mal wieder rein, Besser. Kann er nicht durch den Hinterausgang sich das Zeug holen? Na, ich hab gesagt, nicht da länger. So, da sind sie auch schon. Dann schauen wir doch mal. Du versteckst dich schnell mal hier und du hier. Gerade noch so. So nervig. Man muss sie einfach auf diesen Angriffsmodus stellen. So, jetzt tappt er natürlich gleich in diese Falle. Was passiert dann? Das ist ja eigentlich noch nicht genug, dass sie türmen würden, oder? Ne. Teilen sich dann hier auch auf. Genau. Genauso, wie ich mir das vorgestellt habe. Bessie und Karen schnappen sich. Den hier. Dann den hier. Dann diesen hier. Hat diesen hier vielleicht zuerst. Der ist jetzt gerade fertig, das Bücherregal zu bewundern. Und dann noch diesen hier. So, und dann gibt es wieder ein paar frische Gehirne. Chatwerk muss gleich mal loslegen. Schnappen sie es auch sofort. Okay, scheint relativ akkurat zu sein, diese Anzeige hier oben. Und sie zeigt halt wirklich auch an die unterschiedlichen Nahrungsmittel, die jetzt irgendwie gerade am niedrigsten sind. Ich weiß nicht, ob Gehirne dann am seltensten vorkommen, weil die sind ja eigentlich nur im Kopf drin. You know. Anatomie. One on one. Ja, da kommt ja auch ein Nahrungshändler. Können wir ja gleich ein wenig Nahrung abkaufen. So. Zwar brauche ich Gehirne. Geräucherte Gehirne. So viel, wie du hast. 500 Gold. Gebongt. Und ja. Hier gibt es auch noch gekochtes Gehirn. Kaufen wir auch noch. 550 Gold. Damit ist unsere Knete erstmal weg. Aber es gibt Videogenutgeräusche das Gehirn. So. Das mit dieser Falle hier gefällt mir noch nicht so wahnsinnig gut, muss ich sagen. Funktioniert an sich gut, aber jedes Mal erschreckt sich jemand. Hm, hm, hm. Wie könnte ich das denn besser machen? Am besten mit dem Raum hier dann halt. Hm, würde ich fast mal machen. Also wir demontieren diese Drehwand hier. Ich hoffe mal, ich habe jetzt noch genug Stuff, um eine neue zu bauen. Ja, die braucht so gut wie nichts. Ähm, so. Dann so. Die Drehwand hier. Kann man halt alles leider nicht so wirklich... äh, umplatzieren. Das hätte ich mir ein bisschen gewünscht. Vielleicht geht es auch. Ich habe es aber nicht gefunden bisher. Dass man einfach sagen kann hier. Man möchte den Fernseher jetzt in einen anderen Raum stellen. Man muss ja nicht unbedingt gleich immer einen neuen bauen. Und dann, ja, kann ich das glaube ich ein wenig eleganter lösen. Hier müsst ihr nochmal eine neue Türe hindern. Die ganz normale Türe. Da kann ich dann, je nachdem, was ich dann als nächsten Typ bekomme, also als nächsten Opfertyp, auch was besonderes machen. Oh, ein Hacker. Das ist ja was Neues. Sie wollen eine Website hacken? Hacken? Sorry. Sich falsche Internetfreunde zulegen? Kostenlos Video streamen? Die Lichter im Pentagon immer wieder ein- und ausschalten? Oder nur die Beweise eines Mordes aus dem Internet löschen? Rufen Sie jetzt schnelle Finger an. Internetpaket 1, Standard, entfernen Sie alle Beweise eines Mordes nur aus den sozialen Medien. Minus 20 Misstrauen, 100, okay. Hier können wir Misstrauen senken für Geld. Ich mache mal minus 20 für den Hunni. Langsam mal besichert meine Knete, aber auch knapp. Ich müsste aber auch bald wieder im Rang aussteigen. Oh, ich kriege aber gar nichts dieses Mal. Jetzt muss ich mein eigenes Geld sozusagen verdienen. So, die ersten Opfer kommen schon wieder diesmal. Das ist meine Falle noch nicht so ganz hundertprozentig, fände ich. Das ist unglaublich, wie sie sie jedes Mal schafft. So, Karen Wu. Das ist mal hier. Gestalt. Da ist auch schon die eine Sache fertig. Caroline will jetzt natürlich auch. Gott im Himmel. So ihr beiden, stellt euch mal hier hin. Wo ist es vielleicht hier? Achso, jetzt kommt das. Kommt er da nicht mehr raus. Dann brauchen wir wohl doch noch so eine Geheimtür. Wo ist denn die Geheimtür? War mein Zimmer, genau. So, in der Art. Kann er jetzt natürlich nicht bauen. Okay, sie haben ihn aber nicht bemerkt. Schnelle ihn hier weg. Wie unglaublich schnell, die immer. Alter. Wieso? Darf ich ihm jetzt nicht mehr mehr sagen, was er machen soll? Jesus. Gut, geht gerade nicht. Wir müssen jetzt mal battlen. Gibt es weniger Bersinium? Unglaublich. Der eine da draußen hat es nicht mitgekriegt. Gut. Alle tot. Da sitzt eine Mumie fest. Jetzt aber gleich wieder rauskommen. Haben ein bisschen eine Tendenz, sich einzubauen, teilweise. So, Gott sei Dank. Die ersten erweiterten Forschungspunkte sind jetzt auch bald soweit. So, hier. Kopf eines Opfers. Okay, das sollte mal verhackstückelt werden. Wird es auch schon. Gut. 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 So, jetzt habe ich ja eigentlich 10 Forschungspunkte. Kann ich da schon irgendwas cooles für forschen? Ein hochwertiges Bett. Ja, what the fuck not, würde ich mal sagen. Okay, die gebetten. Ah. Okay, es sind also massig unterschiedliche jetzt. Sind die jetzt für unterschiedliche Typen von Monstern? Nehme ich ja fast mal an. Und Sark vermutlich für Vampire. Gebt hier einfach auch einen passiven Bonus. Reduziert die Schlafdauer um 20%. Erhöht die Blutungsresistenz um 1%. Fluch-Segensresistenz. Dann mache ich einfach hübsche Betten, würde ich sagen. Okay, ich muss das andere erstmal löschen. Die scheinen, äh, ja, am sinnvollsten zu sein. Schlafen die nicht so lang. Gute Sache. So, was mit euch Boys? Ah, hab ich. Ah, die hab ich ja. Stimmt. Da war ja was. Okay. Was mit dem Fernseher? Wird der gebaut? Achso. Alle gerade am Pennen. Ist die so eine Drehwand nicht einfach auch selber verwenden können? Sollte ja möglich sein. Müssten sich ja eigentlich nicht verletzen da dabei. Okay, es kommen ein paar Opfer. Wir müssen aber schnell noch die Blutspuren vom letzten Mal entfernen. Sollte Monique, wenn sie eh gerade nur Blödsinn macht, vielleicht auch eher putzen. Okay, da sind sie auch schon. Blut ist noch. Welches da? Schlecht. Schnell mal hier hin und hier hin mit euch. Oh Schreck, oh Schreck. Aber es sind nur 10. Da müssten sie eigentlich noch bleiben, oder? Zimmer hat keine Wände. Wie? Okay. 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 So, ich kann die anderen eigentlich auch schon wieder mal zurück an die Arbeit schicken. Ist das eh egal. Und die hier können vielleicht noch kurz mal den hier wegkauen. Ach, das bemerkt das gar nicht, wenn der an ihm vorbeigeht. Oder? Gut. Nicht ganz so elegant wie am Anfang. Dafür sind sie immer gleich mehr. Warum das Zimmer keine Wände hat, frage ich mich. Was es da mit Aufsicht hat. Sonderabatt! Yay! Leider habe ich gerade gar nicht so viel Kohlen. Man muss auch ein wenig sparen. So, wie sieht es aus? Werden diese neuen Betten jetzt mal gebaut? Was macht er hier? Ah. Kann durch Wände bauen. Wahnsinniges Talent. So sieht es so im Vergleich aus. Ganz nett. Mit so einer Bärenpfote oder was auch immer. Es ist ganz hübsch, wenn man hinzoomt. So, finde ich. Einige Sachen. Aber auch ein bisschen kark. Also, allzu viele Auswahlmöglichkeiten hat man jetzt nicht. Um das irgendwie einzurichten. Mhm. Schläft jetzt hier. Gerade kein Bett mehr gibt für sie. Das ist jetzt natürlich Pech. Aber das ist jetzt halt Umbau. Wird in ein paar Tagen besser sein. Werbung wurde auch wieder nicht abgeholt. Also, es klappt nicht ganz so gut mit diesen vielen Briefen. Vielleicht diese Druckepresse. Die müsste ja dann einen deutlich höheren Ausstoß haben. Ich kann sie ja schon mal bauen. Sie braucht, glaube ich, 40 Stahlplatten. Habe ich vorhin schon geschaut. Heimbüro. Druckepresse. Holzscheit. Haben wir, haben wir. Stahlplatten 30. Okay. Können wir sogar schon bauen. Aber, hm, passt leider nicht vom Raum her. Schade. Dann brauche ich wohl nochmal ein richtiges Heimbüro. Machen wir einfach hier hin. So, ganz normale Holzwände. In einem dunklen Ton. Oder ne, wir machen schon mit Tapete. Eine grüne Tapete. Richtige Bürostyle. Reicht das schon? Oder ist das jetzt eins zu wenig? Und dann einfach eine Türe. Eine ganz normale Türe hier hin. So, und das ist jetzt aber breit genug, oder? Mal kurz gucken. Gut. Würde, glaube ich, gehen. Geht halt nicht, weil es nicht in einem Raum drin ist. Muss ja in einem Raum sein immer. Gut. Dann noch ein bisschen den Boden. Vielleicht mal in so Schachbrettfliesen. Bisschen Steine haben wir jetzt, ja. Und go, go, Leute. Die ersten Bänden sind fertig. Dann bauen wir jetzt erstmal das Heimbüro. Und dann tue ich das hier, glaube ich, raus. Und dann noch ein Schlafzimmer reinbauen. Ein kleines. Und ja. Vor allem möchte ich jetzt eigentlich das nächste Level bekommen. Dass ich mir einen neuen Diener anwerben kann, wenn ich dann das Geld dazu habe. Achso. Ich kann ja eigentlich auch Geld herstellen. Fällt mir auf. Wo war das hier? Okay. Genug Steinziegel eigentlich fürs Erste. Jetzt machen wir doch einfach mal ein bisschen Gold. Oder unendlich produzieren. Einfach. Schauen wir mal, was da so bei rauskommt. Helden haben sich auf den Weg gemacht. Wie gesagt, vor denen habe ich eigentlich kaum noch Respekt. Weil man die mit diesen Geheimtüren hier so unglaublich cheesen kann. Dass es schon nicht mehr nett ist. Ich werde angegriffen. Die Helden gehen eigentlich auch immer zur Fronttüre rein. War bisher zumindest immer so. Und warten da dann ein bisschen. Ja, wo bleiben sie? Ja, da sind sie. Oh, das ist die Polizei. Hat eine Meinung zu fast allem und hat fast immer recht. Hey, das bin ja ich. Nee, Spaß. So, versammeln uns mal. Ist jetzt relativ hart immer die Kämpfe gegen so Helden. Und wie gesagt, zur Not kann ich einfach mit dem Einzelnen, der angegriffen wird, fliehen. Passiert eigentlich so gut wie nie was. So, der erste Cop ist down. Was ist eigentlich mit dem? Der hat eine Pistole, macht aber nichts. Oh, da ist ja nochmal einer. Die Cops. Filet schon ein bisschen habt ihr hier auf Bessie, aber lächerlich. Selbst ohne richtige Waffen, also Waffen verschwinden ja auch irgendwie. Ich weiß nicht, ob die verbraucht werden oder ob das Spiel da einfach buggt. Meine schöne Kettensäge ist ja zum Beispiel nicht mehr da. Oh, das wird jetzt schwierig mit den Opfern. Mein Eingangsraum ist gerade nicht ganz so hübsch. So, Bessie und noch irgendjemand, nehme ich mal raus. Bessie und Carol von mir aus. Bessie kann hier in die Krankenstation. Carol gleich hinterher. Das Doktor und der Rest wartet jetzt hier im Eingangsbereich, weil die mit diesen vier toten Cops hier. Werden die nicht sonderlich lange hierbleiben, glaube ich, die Opfer, die als nächstes kommen. Das ist kein Problem. Merzlich, der haut in einem Eingangsraum nieder. Schockschwere Not. Monster. So, das gibt jetzt natürlich ordentlich Misstrauen. Das ist aber immer noch niedriger, als es schon mal war. So, und alle wieder zurück an die Arbeit. Und ich bin ein Schurke des fünften Ranges. Entschuldigung, ich kann einen weiteren Diener anwerben, sobald ich dann das Geld dazu habe. Was mit euch so los? Okay. Doch, das gilt immer für alle Diener. Okay. Merkwürdige Dinge mal wieder. Egal, es gibt Polizistenfleisch. In nächster Zeit. Die nächsten Tage. Gut, also ich habe, oh, zwei neue Slots sogar, oder wie, oder ist mir irgendjemand krepiert und ich habe es nicht bemerkt. Wüsste ich aber eigentlich nicht. Ne, es sieht eigentlich gut aus. Dann mache ich mal Schluss für die Folge. Wie gesagt, ich mache noch so zwei, drei Folgen, versuche noch ein bisschen Sachen auszuprobieren. Und dann würde ich sagen, beende ich das Projekt. Hat auf jeden Fall soweit Spaß gemacht. Aber man muss es ja nicht übertreiben, muss ja nicht alles immer ein endloses Projekt sein. Anyways, ich hoffe, ihr seid morgen wieder mit dabei. Ich wünsche euch was, ja. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Untertitelung des ZDF, 2020